Nach langer Unterzahl ist Werder Bremen gleich an der ersten Hürde im DFB-Pokal gescheitert. Beim Drittligisten Viktoria Köln verlor die Mannschaft von Trainer Ole Werner 2 zu 3, 1 zu 0 und verspielte dabei gleich zwei Führungen. Werder schied zum sechsten Mal in den vergangenen 13 Jahren gleich in der ersten Runde aus und ist jetzt mit elf Erstrunden-Niederlagen als Erstligist gegen einen unterklassigen Klub-Alleiniger-Rekordhalter. Werder lange in Unterzahl. Innenverteidiger Amos Pieper sah bereits in der elften Minute die rote Karte, weil er den durchstartenden Stürmer Luka Maaseiler zu Fall gebracht und damit eine klare Torchance verhindert hatte. In Unterzahl brachten Marvin Duxch 43. und Niklas Füllkrug 77. den Favoriten zweimal in Führung. Doch David Philipp, 72, 79. früher bei Werder in der Jugend aktiv und Donny Bogicevic, 90. plus 4, schossen den Underdog erstmals seit der Saison 2015 16. wieder in die zweite Runde. Nach der berechtigten roten Karte gegen Pieper zog sich der Bundesligist weit zurück, überließ Viktoria meist den Ball und versuchte, Nadelstiche zu setzen. Die ersten Chancen jedoch hatte der Außenseiter aus Köln. Bogicevic, 17. prüfte Werder Torhüter Jeri Pavlenka aus 20 Metern, Brian Henning, 36. schoss zu hektisch über das Tor. Köln kommt nach Rückstand zurück. Wie es geht, zeigte Werder kurz vor der Pause, Duxch verwertete die erste klare Möglichkeit, als er einen Abpraller über die Linie drückte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste Bremen einige brenzlige Situationen überstehen, als Köln mit Wucht auf den Ausgleich drängte. Der starke Pavlenka bewahrte sein Team mehrfach vor einem Gegentreffer. Werner reagierte mit einem Wechsel, den Torschützen Duxch ersetzte er durch Christian Groß, 60., um die Defensive zu stärken. In der hektischen Schlussphase ging es hin und her, mit dem glücklicheren Ende für die Viktoria.